Ciao, ich bin Lorenzo und heute bin ich bei Olico.it. Seid ihr curious? Das ist unser neues Haus. Hier haben wir Ihre Orte. Mehr als 500 m², mit den besten innovativen und sostenibleen Lösungen. Dank Ihres Vertrauens konnten wir in den letzten Jahren über 42 Länder beliefern. Dabei haben wir doch nie unsere höchste Priorität aus den Augen verloren. Bestes Kundenservice und Top-Qualitätsprodukte für Sie. Und wir haben es gemacht, wie Sie die Tipps, die Sie uns jeden Tag verlassen, und die uns glücklich machen. Und das ist unser neues Haus. Parliamo multilingüe, ja. Probieren wir auch Ihre. Ein Klansenservice, die Ihre Sprache spricht, und Sie auf eine unieke manier begeleiden bei Ihren Einkommen. Buenos Dias, wie kann ich euch helfen? Ja, ich sehe das genau hier auf der Seite, und zwar wird Ihr Paket heute Nacht mit der Besitzung gesteht. Sehr gerne. Auf Wiedersehen! Eine Teuleghteche, die EccPialenbeck an italienisch e darl parallel ... Das ist Eolico.it Und wir warten auf W FC2. Zum WC2. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Die Eolico.its